Hallo Leute, wie geht's dir? Mein Name ist Sound of a Gap und hier ist Monster Hunter World. Ich hab dich jetzt schon mal angezogen für... ...Jagras? Ja, wir machen Jagras auf jeden Fall. Groß Jagras, uralter Wald, neun Sterne Rang. Das sind die Befristeten. Okay, dann geht's los zur ersten Quest. Äh, ich mach einfach auf, ne? Ja, ja, mach mal. So, wir bauen Groß Jagras und den ursprünglichen Wald. Und da haben wir uns jetzt für Tiefgrünblues entschieden. Äh, ja, ich geh nicht in die 1, ich hab schon die Jagras-Sachen an. Ach, ich muss mich mal umziehen. Ich geh grad ein. Ja, die werden offensiv anziehen. Ähm... Und mich hat erst ein Pookie bei. Was? Ist so gemein. Was? Ist Pookie. Weißt du, was du meinst? Ist nicht ein Pookie... Ich muss jetzt ein Pookie umbringen, oder? Spitzvoll. Warum musst du jetzt ein Pookie umbringen? Ach so. Ach so, ja. Äh... Ja, ist jetzt halt so. Fülle mich nicht gut bei. Fülle dich damit ab. Ich glaub, ich hab die Quest vielleicht bei einem alten Charakter einmal gemacht. Aber ich mach uns diese ganzen mit 5 Monstern eigentlich nicht. Okay, na dann. Ja, stimmt nicht. Land ist entfernt und so ein Kram, das hab ich mir schon alles geholt, ne? Ja. Okay, legen wir los. Hm. Ach so, ich muss sehr wahr. Stimmt. Haha. Rein in die Palme. Ach ja. Na, ja geil. Ich geh mal schon vor. Ja, ja, ich komm mal mit. Oh, Regen. Hattest du Wetterkatze, oder was? Ich hatte keine Wetterkatze, nein. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte. Musik. Musik? Ah, ja. Ich auch. Weil Nino kommt schon. Das ist alles kostenfrei, das nehmen wir mit. Und los geht's. Hast du schon? Ah, ok. Jetzt auch mal. Ich habe mir voll vergessen, was ich brauche. Sag mal, warum dreht sich die Kamera? Bist du schon wieder am Essen? Ich weiß auch nicht. Du kannst dir aber nicht zwei Fragen auf einmal stellen. Geil. Der ist aber groß. Warte doch, Micha. Er muss doch erstmal was fressen. Nee. Und dann ist er doch viel besser abzugreifen. Oh, schau. Ach, scheiße. Ich kann ihn doch nicht treffen. Für das Jahrgras müssen wir das eigentlich nicht machen, weil wir haben das größte Jahrgras ja... Schon gemacht. Ja. Aber das ist schon ziemlich groß. Mhm. Finde ich gut. Warte. Warte. Das wir jetzt auch hier kämpfen. Auch ungewöhnlich. Ich mach jetzt keine Musik, ja. Oh ja, alles gut. Der ist so easy. Bin drauf. Ich hab wozu. Komm runter da. Hau auf hier. Ach, wir hatten ja Gras zum Ende machen sollen. Das wird einige vielleicht wieder gehen. Wenn der schon tot ist, wirst du. Weil die wollen ja Gras machen. Oh. Nee, sicher wenn denn machen wird es doch eher für... Ähm... Die Kronen. Da ist es ja Gras wieder wurscht. Weil der die Kronen ja war nicht schön. Ja. Sehr schön, Krolle. Ja, ja. Du musst vielleicht kurz sein. Und tschüss. Yay. War so schwer. Sogar zu diesem blöden Waldschrat ist alles total easy. Haha, das stimmt. Also einfach, weil es nicht so nervig ist, weißt du? Hm. Nee, ist vielleicht jetzt falsch. Ja, du isst schon, du isst schon wieder. Ähm, Puke ist da oben. Dann gehen wir mal hier hin. Sogar schon sauer. Ist schon sauer. Mal, weil du den Freund Jagger ausgestattest. Ah, da ist schon jemand. Ach so. So. Ja, Koller. Was bei der Frage immer noch nicht beantwortet. Bist du schon wieder am Essen? Naja. Wie sich das gehört. Oh, guck mal, ich bin hinter dir. Hallo. Oh, lauf, Michael, lauf. Lauf doch. Hat er gemeint, die Pilzen, die sind immer... Ah, jetzt hat er ihn vergessen. Nein, was ist denn? Den mit. Okay, jetzt tut mir voll leid. Oh, das ist... Oh, weil ich auch ein Schwanz drauf war. Ich glaube, alles zu lange kriegt das nicht mehr. Tod. Äh, beziehungsweise war ich tot. Dürb. Ja. Doch, allzu lange hier. Ja, Nino, schön. Toll, ne Pfütze gemacht. Okay, nächster ist... Oh, äh, Tobi. Mhm, wir sehen schon. Ja. Ich mach's mir richtig einfach. Ah, ich geh mich gar nicht umziehen. Das wird schon nicht sterben. Also, egal. Ich glaube, das hat mir letztes Mal auch einer gedacht und er ist gestorben. Ah. Mhm. Ich glaub, damit meinst du aber nicht. Nee, nee, nicht. Uppala. Ey, ich hab doch gedrückt. Ich hab R3 gedrückt. Ich mein doch nicht dich. Hä? Hatten wir nicht Nino noch? Wo ist denn der hin? Ja, keine Ahnung. Ah, weg. Ja, der ist weg, ja. Naja, was soll's? Ja. Ich geh doch schnell, dass man denkt. Komm schon, kleines Tor. Ah, ich bin ganz nah. Da oben seid ihr. Ja, wir haben alle freundlich. Alle warten doch. Au. Au. Ich treff den Fratz, schlecht. Also, kleine Musik. Au. Schon wieder getroffen. Du hast Blitzschaden auf. Zehn. Aber der ist nicht wichtig. Zehn. Schlecht nach Wart. Nee, du schaffst mich runter. Nein! Hast du mir gefallen? Ah, warte mal. Ich bin drauf. Nein. Ich soll's auch schaffen. Ich muss das mal wetzen. Ich hab was gebrochen. Ja. Ja. Nummer 3. Du, mein Trotzmann ist mir da. Meiner auch. Hey. So, Anja. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon auf der Karte. Jetzt schon markiert. Von der 1 kommst du am schnellsten hin. Von der 1 kommst du am schnellsten hin. Ah, von der 1, okay. Ja. Dann fahren wir folgen. Jawohl. Jawohl. Da. Ah, hat's schon noch mal. Mhm. Ich hab's noch mal im Kopf. Ich hab's noch mal im Kopf. Nee! Ich hab das. Das ist nie. Also die Wege. Ich hab ja echt schnangeln dürfen. Das gegen Alia kämpfe ich eigentlich sehr gerne. Ja, das ist für mich doch super easy. Bin drauf. Aber die letzte Masse wurde gesagt, Hilfe, Hilfe. Oh, hilf mir Gaia. Wer macht schon beide die sich angehen? Ich hab noch keinen Helden. Ich hab noch keinen Helden. Das ist so mal nicht mein Freund. Ich hab noch keinen Helden. Ich hab noch keinen Helden. Warte. Stehen! Schade, schade. War ich noch mehr? Ah, ich hab nichts bei. Naja, gut. Das war für mich ja. Ich habe kein, 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 kein Licht. Ach, keine Ausdauern mehr. Oh, naja. Wiss ich. Ach, ich zieh mal die jetzt einfach aus. Schissen. Bis ich da bin, ist ja fast alle. Das droht nicht mehr. Dann witz ich auch noch mal. Nur ist auch Wurst. Ich auch. Hier das Wasser. Es ist ja Abtunodort, ey. Ich hab alle im Weg hier. Ach, was soll denn das? Jetzt noch mitten rein hier ran, war. Oh. Du fliehst in die falsche Richtung, Abtunodort. Du rennst in den Verderben. Hm, derfrau... mal hier her schubs da mal vor oh wenn du ausstürzt, danke toller da rumpelt ne kleine burschi ich habe es versucht hier wieder ne kleine burschis danke fürs aufhalten ich habe auch daneben geräumt ich werde schon schnell für so ein großes dicker hahaha das war das war mein pin 6 ich kann irgendwo voll wenn ich das würde keine schneiderbung nicht die die ich hätte fast wieder verziehen müssen oh michael mein stamina ach Essen jetzt zu essen wäre schon eine Idee den habe ich noch nicht gesehen glaube ich ich gehe mal umziehen essen wenn ich so ich verlaufe mich immer hier oben da lang verlaufe ich ganz oft da rum ich kann ihn nicht sehen aber hier haben wir bestimmt die erste spüre hier unten ja hier da ist wenn ich sag unten unten ach der ist ja da hinten ja dann springen wir mal hier hin wenn die acht ich könnte wetten dass man da dann kriegt er gerade woanders hin so ich gehe raus er bewegt sich oder angreifen bevor er abhaut schrei mal einen stein schmeiß mal einen stein nichts zu schmeißen immer mit schmicken sind hat er auch wenn man noch was das nicht ich schlage ihn nur in der luft ich schlage ihn nur in der raken volle nice Oh, da war er schnell raus Ich gehe auf den Schwanz Ach, come on, ey, ich habe den Schwanz schon so stark angegriffen Ich bin drauf Ich habe ihn gleich Jetzt Ich muss wetzen Uh, los Ah Was, aber ich bin jetzt hier oben, auch verflucht Ich habe den Schwanz, jawohl Jetzt kannst du sterben Jawohl Schön Ach, schön Ach, ich will nur einmal Ja, geht ja nur einmal, genau Hm Ah, da, das sieht auch groß aus Was ist das für ein Piepen bei dir, Micha Piepen? Ich höre kein Piepen Hm, kommt vom Mikro Dein Was? Alles gut, oder? Hm Man schlagt so Heep Heep Echt? Heep Hm Okay, komisch Zum Mikro Oh, mein größtes Rattalos Hm Auch Oh... So, und als zweites haben wir uns eine normale Untersuchung überlegt Hallo! Ich weiß jetzt, das Anjan hat nicht Crème de la Crème, aber schon ganz gut. Oh, okay, ich gehe mal komplett auf Angriff. Oder habe ich was noch defensiv? Ja, ich mache mal wenigstens ein defensives. Nicht defensiv. Doch, doch, ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Nein. Verboten. Auf. Mal die Walze noch mit. Oh, bei Duck hat's es. Tut mir leid. Wenigstens bist du das mal schuld. Ja. Ach so, du Katze. Ich finde die neuen Klamotten so toll. Oh, mal neben mich. Wie kann er? Gerne, meinst du? Hm. Hm. Die sind doch wirklich gut. Ich glaube, besuch die Hüfte habe ich, ja, besuch die Hüfte habe ich alle gemacht. So helftstellt. Stell ich mal neben mich. Kann ich, ich bin schon bereit. Ach, du bist schon, ach. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ach, verdammt, ich bin gleich irgendwo gelandet. Okay, jetzt kannst du. Was? Vielen Dank. Sehr freundlich. Äh. Ich überlege gerade. Ich habe gerade gedacht, ich habe vielleicht gemischt. Was? Ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Ja, weil es doch so eine alte Rüstung ist jetzt. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott. Ist ja alles total veraltet bei mir. Wollen wir auch wieder erstmal Musik machen? Hm. Hier kommen wir genau raus. Was ist hier? Ha! Mein Klang. Guck mal, Theo ist da oben. Aber warum macht deine Katze nichts? Arbeiten jetzt. Äh, ich glaube von Theo das habe ich nicht bekommen. Oder? Ich teile das wieder fernab von einem. Ja, toll, Theo. Einen habe ich nicht bekommen. Na ja. Ähm. Das ist komisch angeordnet. Warte. Kommt noch was. Sehr wichtig. Ach, hier lag übrigens jetzt. Oh, Fußspur. Ah ja. Ich muss Spuren mitnehmen. Keine Anjanad Quest mehr. Ach halt, ich brauche ja. Flora. Ist irgendwo noch Zeugs? So war da eine Spur? Ist mir jetzt nicht eine Spur eigentlich? Hm? Hm, durch. Lass du jetzt auf mich einzulügen. Ich dachte. Oh, Michael, der geht weiter. Ist ja nicht schlimm. Können wir noch Spuren aufnehmen. Hier zum Beispiel. Ja, die hab ich hier. Die hier. Oh, hier. Spucke. Hm. Oh, bei denen. Sag mal, hat sich das Messer verändert vom Aussehen her? Da sah es schon immer so aus. Messer? Hm. Wo ist es denn hier? Muss man nochmal drauf achten? Hm. Da muss man nochmal drauf achten. Ich finde, der latscht immer weiter. Ach, come on. Geierlackers. Oh, das geht auch noch hier lang. Ach, nach rechts auch noch? Geil. Hm. Aber ich sehe ihn. Ich sehe den Schwank. Ja, ich sehe ihn auch. Der vor dir. Such. Wollen wir? Ha. Wird doch gerne. Was? Wird. Toll. Got's. Ooh. Ach. Ich gehe schon wieder voll auf den Schwanz, das mag er gar nicht. Oh, du machst dir einen Schaden, Fräulein. Sehr nice. Ich bin ja auch ein bisschen zurückgefallen. Oh, ich bin ja auch ein bisschen zurückgefallen. Ich muss schärfen. Schnell, schnell, schnell. Warte, sollte klappen. Ja, alles gut. Vielleicht muss ich irgendwann mal zurücklappen. Oh. Mist. Ach komm schon, ich bin grad voll nicht im Rhythmus. Das war voll viele Füße hier. Niemand. Also voll viele, zwei. Okay. Hm. Wieder viel. Er läuft gleich mal gleich in die Rackenfall rein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. So dumm. Ticke? Entschuldigung. Nein, Anja naht. Das ist ja erstmal in die Rackenfall rein gelaufen ist. Also eigentlich schlau, dass der die Falle aus dem Weg räumt. So. Weil ich war grad nur da. Ich bin drauf. Übrigens. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Komm zurück. Okay. 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 Ay. ok ja ich weiß, das magst du gar nicht ich mag nur, wenn er dann für dich so umfällt, weißt du, dass du ausmutscht bist, der Bananen schallt ja 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 Oh, ja, ouch das ist mir auch gerade damit untersuchung sehr schön immer alles greifen ja darf ich vielleicht auch mal was nicht oder was der andere ist meine erstmals müsste bald ab sein ich hab zumindest versucht den schwanz zu zielen schon wieder wetzen Ey, der Schwanz ist immer noch nicht ab. Nein! Ah, ich hab wenigstens. Ich hab's geschafft. Ah, shit. Aber noch hab ich das nicht gerechnet. Nein, ich hab nicht einen Job nehmen. Ah, verfehlt. Gut, jetzt ist mein Putzmattel wieder heile. Sehr schön. Jetzt. Moment. Was sie sehen? Ja. Hey, du. Bleib hier. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Turn around. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Sehr gut nicht wegrennen Manu ich schieße mir gerade mit Rotkern an Nein ich bin ganz weit runtergefallen Das sieht ja zu sehr gut wie ich hochkomme Warte der kommt ja auch mal runter Ich muss da angreifen voller Ja ich seh schon Ich zieh dich Arsch Der Schwanz ist ab Ich zieh auch nicht mehr durch Wann wird der so kurz von tot? Ich weiß gar nicht Niko gefällt mir auch nicht Niko gefällt mir auch nicht Ich bin aber hoch Oh ich backe Ich bin doch nicht Doch schön geklappt Hm 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 Und hier noch eins Ah Sehr schön Zwölf Geschafft Ey 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 Warte Warte Hm 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 Ja krass Was willst du denn? Hä? Ich schreie doch gar nicht Nee das ist ja krass Hab ich angeschrien Oh Wie kannst du eins raufhauen? Haha Blipstick Ja Nichts berauschendes Ja Nichts berauschendes Zwei 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 Ne Tobi und ne Puke hab ich bekommen. Schade. Ich hab ne Baroth, ne Jura und Anjanat ne Puke. Okay. Das ist schon nicht allzu schlecht. Ja. So, dann war's das, glaub ich, oder? Hab ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Den Waldschweig. Ne, den war ich nicht, hab echt keinen Bock drauf. Da hab ich echt keinem was zu. Okay, Leute, dann war's das auch schon. Morgen geht's dann weiter mit dem 16. Tag. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es hat gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.